Wie ist es geschafft, wie es sich anfühlt und wie es nach dem erfolgreichen Abschluss weitergehen kann? Dazu hören Sie nun Herrn Meyers Orphanen, Masterabsolvent der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik. How does it feel right now, having successfully graduated today? Please welcome for some insights into this Mr. Meyers Orphanen. Lieber Herr Professor Strohmeyer, sehr geehrter Herr Bürgert, Professorinnen und Professoren, Absolventinnen und Absolventen, Freunde und Familie, ich begrüße Sie hier heute zur virtuellen Feier 2019. Als erstes möchte auch ich allen hier zu Ihrem Abschluss gratulieren. Mein Name ist Meyers Orphanen und ich bin aus Damaskus, Zulie. Ich habe meinen Bachelor in Damaskus gemacht und es war im Fach Information und Kommunikation Technik. Danach bin ich nach Deutschland gekommen, um ICS Master zu studieren. Nun arbeite ich für die Firma Atra, für Fodomone als IT-Konsultant und Junior Environment Manager. Es ist mir eine große Ehre, hier zu sein und meine Erfahrungen mit euch allen zu teilen. Jedes Ende ist ein Anfang und ich glaube, unser Weg, das Lernens und unserer Entwicklung beginnt genau hier. Ich habe mein Zuhause vor drei Jahren gelassen und ich war sehr entschließend, meine Ziele zu erreichen. Nach Deutschland zu kommen und meinen Masterabschluss zu machen. Wertvoll zu sein, um meinem Leben und meinem Land mit meinen Erfahrungen und meinen Füßen zu helfen. Aufhol ich Freunde und Familie im Griech verloben habe, arbeite ich jeden Tag als Fede ist mein Lister. Herz an mir und an meinen Zielen und die Stadt die Gart für alles, was wir haben. Vielleicht hast du mich gefragt, wie ich war, und was die Obstacke ich hatte, als ich in den Krieg in den Krieg in den Krieg in den Krieg in den Krieg. Ich kann sagen, dass es nicht einfach war und mein Herz war, aber ich habe mir gesagt, dass ich mich und meine Familie, dass ich meine Ziele gewinnen und meine Ziele gewinnen werde, und dann werde ich die Menschen in unserem Land wiederholfen, weil ich glaube, dass dreams ohne Ziele sind einfach nur dreams. Talking from a graduating student's perspective, as a student of TU Chemnitz, I have had a very different experience. The teaching style, the lectures, were very different from what I had experienced in my home country. And therefore, I faced some problems and I was a confused tool. That was my initial challenge and slowly changed and started adjusting the system here because I got help from the students and the professors who were eager to help and guide the international students, and for that I am very thankful. The best thing about the education system here at the university is that it lets you choose your own speed and the various current issues studies, such as guest's work and group works, research projects, assignments, and even the labs, which were helping me to develop my skills and my knowledge. Which, of course, on that time, I was not ready to accept. Various network groups of TU Chemnitz, such as Career Services, were helping us to start our practical life in Germany. And even the practical approach here in the education system is what makes TU Chemnitz a good choice for international students like me. Thank you for improving every day and helping us to be aligned with the current market condition through your developed policies. Please, make sure that you are happy what you will do and what you will work on. Dream big and remember to have life goals, yearly goals, monthly goals, and even daily goals. I try to give myself every day a goal and understand to achieve these goals by applying the discipline and consistency. Don't let anybody to break your goals by providing the negativity. The way really to eliminate the fear is by filtering other people's opinion in my life. My life, I can deal it with by myself in the positive way. And remember, the chances you take, the people you meet, and the people you love, and even the faith that you have, that's what's going to define you. Keep working, keep striving, and never give up. Also, I would like to thank my life in my eyes, it's ideal for students, and it has everything to give you, what you need. It's a city with a lot of potential. As a result, I would like to thank my family and especially my parents and my aunts who wish me all the time to support me and also to Professor Chandra. Without you all, I wouldn't be where I am today. And without your help, I didn't have the chance to present the class of 2019. Ich gratuliere Ihnen allen herzlich und wünsche uns allen Williglu für die Zukunft. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.